Ich dachte, ich hätte meinen täglichen Disconnect schon längst weg, aber so wie es aussieht, doch nicht. So eine Scheiße. Und ich werde auch noch tot sein. Geil. Ah, Mann, ey. Ich glaube, ich muss mich das schon wieder annehmen. Ich glaube, ich muss mich das schon wieder annehmen. Was zum Teufel. Aber muss man jetzt diese Mission hier sein? Was zum Teufel. 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 Ach, das ist. Was zum Teufel. 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 Wir haben hier ihre Daten erhalten. Geben sie uns einen Augenblick, bis wir sie analysieren. Was zum Teufel. Wir haben die Daten, obwohl die Spur abgeschnitten wurde. Die Wattwa müssen sie entdeckt haben. Die Wattwa müssen sie entdeckt haben. Die taktischen Wattwa scheinen diesen Tempel im Visier zu haben. Nicht die Stadt selbst. Demzufolge gibt es eine große versiegelte Tür, die sie noch nicht durchbrechen konnten. Bis jetzt zumindest. Sie könnten bald einen Großangriff auf dieses Gebiet starten. Vielen Dank. Öffnen sie einen Kanal zu Captain Kim. Er muss davon erfahren. Batman. Sie kommen genau zur rechten Zeit. Eine Großgruppe gewaffener Kobali ist gerade losgezogen. Doch sie wollten nicht sagen wohin. Haben sie irgendwelche Informationen sammeln können? Die Wattwa haben den Kobali Tempel ins Visier genommen. Nicht die Stadt. Der Tempel. Die Kobali müssen dorthin unterwegs sein. Müssen die Kobali helfen den Tempel zu verteidigen. Die Tempel verteidigen. Danach können wir vielleicht einen Blick in den Tempel wagen. Um herauszufinden, warum es so wichtig ist für die Wattwa. So wichtig für die Wattwa ist. Einverstanden. Ich werde mich zum Tempel begeben, um die Kobali zu unterstützen. Willkommen beim Stream. So. Sie können weit herum tot rumliegen. Wir werden die Kobali runterrücken. Ich werde noch nicht rein. Widerstand stehen bleiben. Sie bleiben unter. Bleiben wieder stehen damit sie sich noch besser 플�aren können. Alter. Tod wie Dämlich. Aber Hundert. Wer es nicht glaubt wird laufen. Nicht. Kuscheln. Verdammt. Tempelverteidigung. Oh Gott, ich werde schon wieder liegen gehen. Alter, wie oft noch? Ey, also langsam geht es mir auf den Keks. Lauf! Alter, du blöde Stück Scheiße. Mann, nervt das. Ich habe schon wieder genug gedacht. Können Sie dieses Gästehe? Ja, wie wenig du noch? Nimm es wissen noch nichts. Ich werde dich investieren. Und du prüks, ich schätze. Wir haben einen Gehalte und wir machen. Es ist ehrlich immer wütend aufz. Ich habe wirklich Saints beleDBmit, den Ger pastiteils erst forestellenenden Aufmerksamkeit … Come upstream Und abgeschlossen. Tempel ist besiegerend, so sind wir noch immer offen. Das ist die Leune. Dann ist dies unsere Chance, Edinburgh. Gehen Sie vor, ich werde sobald ich kann zu Ihnen stoßen. Verstanden, ich werde im Inneren des Kobali-Tempels auf Sie warten. Dies scheint die unterste Ebene des Tempels zu sein. Nehmen wir doch mal was hier drin ist. Er ist tot. Von Waffen überwältigt. Hmm. Ah, hier sind die Knive, gut. Oops. Oops. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank, wenn Sie hier sind, dann heißt das, dass unser Geheimnis aufgeflogen ist. Es tut mir leid, aber wir haben getan, was wir tun mussten, um zu überleben. Wissen Sie, wie diese Tür zu öffnen ist? Nehmen Sie dies. Es ist der Code, um die Tür zu öffnen. Bitte, vertrauen Sie unsere Leute nicht zu hart. Sie hätten in dieser Lage dasselbe getan. Das sind sehr viele Stasis Kapseln. Lassen Sie uns diesen Scannen, wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Ein Scannen dieser Stasis Kapseln zeigt, dass sich darin ein Vatva befindet. Es ist jedoch kein Soldat. Dieser Tempel war tatsächlich ein riesiger Lagerraum für nicht-militärische Vatva-Eliten. Aus den Scans wird ersichtlich, dass die Kobali-Vatva nur aus den Stasis Röhren nahmen, die nicht mehr funktionierten, um sie in Kobali zu verwandeln. Scannen Sie die Stasis Röhren, um mehr über deren Geschichte zu erfahren. In den letzten 10 Jahren wurden mindestens 300 Leute aus ihren Röhren herausgenommen und in Kobali verwandelt. Allerdings wurden wesentlich mehr Röhren entfernt, bevor die Kobali zu diesem Planeten kamen. Diesen Scans zufolge könnte es sein, dass ein Großteil der Kobali, denen sie begegnet sind, vermutlich in ihrem früheren Leben Vatva waren. Die Kapseln, die nun leer sind, zeigen alle Zeichen einer technischen Fehlverziehung. Alle Kapseln, die noch funktionieren, wurden nicht angerührt. Einige der Kapseln, die Fehlfunktion hatten, wurden repariert, um Körper zu lagern, die die Kobali in Zukunft verwenden wollen. Ich hätte nie geahnt, dass wir das hier vorführen würden. Die Vatva bekämpfen die Kobali nicht für ihr Territorium. Stattdessen wollen sie ihre Leute zurück. Die Kobali reisen nicht länger durch die Galaxie, weil sie ja alles haben, was sie brauchen. Dies ist nicht richtig jetzt. Einige der Vatva in diesem Startkapiteln könnten auch immer wieder belebt werden. Die Vatva sind eine sterbende Rasse. Ihre Methoden sind zwar extrem, doch haben sie im Bewusstsein, dass dies notwendig für ihr Überleben ist. Genau wie die Kobali. Sie haben recht, Captain. Wir müssen etwas unternehmen. Es freut mich, dass Sie mit mir einen verstanden sind, Gladwell. Wir müssen diese Information zum General bringen und ihn dazu veranlassen, uns zu erklären, warum die es vor uns versteckt haben. Wenn die Kobali nur von Anfang an ehrlich gewesen wären, dann hätten wir eine bessere Lösung für dieses Problem finden können. Ich bin einverstanden. Lassen Sie uns den General aufsuchen. Sind Sie? Ja, das brauche ich lesen. Sie beide sind zurück. General, wir wissen über den Tempel Bescheid. Wie lange wollten Sie uns das noch verschweigen? Die Heimatung hat unsere Zukunft geschütten, Captain. Die Heimatung... Ne. Wie sollen wir helfen, wenn Sie uns nicht über Ihr Problem in Kenntnis setzen? Dies genügt, Captain. Captain Dralia. Sie sind spät dran. Die Kälsern haben mich aufgehalten. Wie ist die Lage? Der Tempel der Kobali ist voll mit Status Kapitän der Badwa. Sie nutzen diese als Teil ihres Fortpflanzungszyklus. Verstehe, Captain Captain. Wir müssen die obersten Direktive folge leisten und dürfen uns nicht von unseren Emotionen verleihen lassen. Wir sind nicht hier, um die Kultur der Kobali zu verändern. Wir sind hier, um die Kobali zu schützen. Wir werden uns darüber noch unter vier Augen mitteilen. Ich bin nicht sicher, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Was für eine Arschgeige. Es tut mir leid mit mir. All das tut mir so leid. Ich werde nicht lügen sollen. Doch, wir sind ein Außenstehender. Und wir wissen aus Erfahrung, dass nicht jeder das, was wir als nötig ansehen, auch akzeptieren oder sogar nachvollziehen kann. Ich konnte es einfach nicht riskieren, ihre Unterstützung zu verlieren. Ich werde sie kein zweites Mal belügen. Ich gebe ihnen alle Informationen, die sie benötigen. Die Wattmer werden damit nicht aufhören, selbst wenn wir die Status Captain zurückgeben. Sie wissen das ebenfalls. Schauen Sie, was sie mit Turei gemacht haben. Selbst die Krenium sind gefallen. Ich werde ihnen ein wenig Zeit geben. Wir reden erneut miteinander. Wenn ich mehr darüber weiß, wie wir mit der Erweiterung vorgehen.